Yo Leute, willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga mit dem letzten Kapitel in Episode 3. Und das heißt Darth Vader. Story. Episode 3, die Rache der Pfiffs. Kapitel 6, Darth Vader. Anakin Skywalker, der einzige Portracing Champion von Tatooine und Obi-Wan Kenobis Padawan, hat seinen Geheimgefühlen nachgegeben und ist der dunklen Seite verfallen. Seine Frau Palma eilt auf den Vulkanplaneten Mustafa, um Anakin von seinem dunklen Weg abzubringen. Sie ahnt nicht, dass sich Anakins ehemaliger Meister Obi-Wan an Bord ihres Schiffes versteckt. Nein, das hat sie nicht geahnt. So. Hahaha. Okay. Das dürfte wahrscheinlich nur der Kampfgegene können sein. Äh. Okay. Man kann hier als Obi-Wan oder Anakin spielen. Oh verdammt. Verdammt. Okay. Das ist gemein. Ich laufe jetzt den normalen Weg. So. Ich spring gar nicht. Blind Jumps. Okay. Das war blöd, aber ich hab zumindest den Tank. Hey, hörst du dich mal auf fortzudrängen? Verdammt. So. Okay. Jetzt hau ich ihn. Okay. Offensichtlich hau ich ihn nicht. Offensichtlich müssen wir hier einige Sachen wieder aufbauen. Und hier ist mal überhaupt nicht so paradiesisch, was man da alles snacken kann. Ich glaub, man kann nicht über eine Minute, ne? Doch, kann man. Aber was spielt denn nachher der zweite Spieler? Kann mir doch kein Mensch erzählen, dass man nachher Anakin und Obi gleichzeitig spielen kann. Okay. Da sind noch ein paar Streben. Und zack. Und jetzt? Anakin. Mach keinen Scheiß. Sowas zum Beispiel. Das nennt sich Scheiße bauen. Ja, der war gut. Okay. Und jetzt? Wir müssen uns hier zusammen draufstellen. Hä? Moment. Das hier. Komm schon. Skywalker. Stell dich da jetzt endlich drauf, du Idiot. So. Wow. Toll. Danke. Alles wegen Skywalker. Ja. Los. Stell dich da drauf. Idiot. Ja. Okay. Was auch immer das jetzt ist. Wir sollten schnell damit machen. Okay. Die arbeiten im Team, aber irgendwie auch nicht. Yay. Achso. Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Kämpfen die jetzt zusammen? Kämpfen die jetzt gegeneinander? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ah. Den Sprung schaffe ich nicht. Wie soll ich den Sprung denn machen? Achso. Den soll ich gar nicht machen. Weil. Das ist nicht der beabsichtigte Weg. Oh. Die gehen unter. Die Platten. Okidoki. Verdammt. Anakin hat mich geblockt. Das war voller sozial. Okay. Also hier links. Dann da. Geradeaus. Da hoch. Da lang. Da lang. Da lang. Keine Ahnung. Achso. Warten bis das Ding umgefallen ist. Ja. Okay. Also ein anderer Spieler könnte jetzt Anakin nehmen. Aber dann würde ein zweiter Anakin spawnen. Der den ersten Anakin angreifen würde. Also angreifen könnte. Zack. Zack. Besiegt. Oh nein. Okay. Das war ziemlich easy. Episode 3 gemeistert. Super Story freigestaltet. Das ist sogar eine Super Story. Die ziemlich schnell gehen würde. Wahrscheinlich sogar. Storyband. Storyband. Echt? Ich kriege nichts Neues dazu? Das ist aber schade. Die hat auch schon direkt die Nussschnecken. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Okay. Und jetzt, der Droide. War klar. Okay. 29,2%. Gut. Ich bin ja fast dazu verleitet. Aber nee, ich brauche erst noch ein paar andere Sachen. Ich habe mich überlegt, wann ich die komplette äh, die Story komplettieren möchte. Oh, ist keiner. Also kein Charakter. Und davon ist auch nichts vorgeschaltet. Gut. Dann können wir eigentlich nur die goldenen Steine freischalten. Und das war es dann schon. Ähm. Nee, also ich hatte eigentlich so überlegt, ähm, wann ich die machen möchte. Aber das dauert halt, bis ich da alles kriegen könnte. Und dementsprechend Nein, ich bin mir nicht so sicher. Zack, zack, gib mir mal dein Leben. Aha. Du bist doch der böse Anakin, oder? Ja, du bist der böse Anakin. Gut. Ähm, nee, also das ist halt, äh, das dauert noch eine Weile. Dementsprechend, Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal in Episode 4. Also, kurz rein. Bis dahin. Ciao, ciao.